Okay, die haftet. Was macht er da? Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue aufbauen. Verstehe. Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Dann wäre ich draußen und wir zwei hätten Pech gehabt. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Ich würde gerne mal auf das Rohr oder hoch und zwar ganz schnell. Lass mich steuern. Nee, ich würde noch drüber. So. Du kannst irgendwo hin. Los, zeig dich! Habe Kontakt verloren. Benötige sofort Verstärkung. Sie wollen die Verbindung abnehmen. Scheiße! Du endest krachtig! Wir sind bei Trommelgröße. Na los! Was sagst du jetzt? Ich war beim Monument dabei, Fischer! Rache ist süß! Oh Mann! Wo steckt der? Hier in Brünen! So. Bei 40 Prozent. Erst? Das ist ja nie so doll. Die Eiern da so rum. Tu Mist! Ich werde dich ehrlich... Oh, wenn die hier im Dreierpack kommen, dann geht das ja. Kann man ja mitarbeiten. So, wie es ja stand? Bewegung, Bewegung, los! Ich benötige Verstärkung. Hab dich Fischer! Hm. Sehen bei 60 Prozent. Erst. Oh Mann. Komm, zeig mir mal, du war mal. Vorstoßen und den Kerl erledigen. Los! Leg mir los! Aus Neuerung ist Bewegung! Oh, Scheiße! Position des Ziels unbekannt! Richtig. Da kommen die Tiefen. Na, das klingt doch schon besser. Bleib in Deck und schnappen wir uns den Schweinehund! Hm. Hm. Hey, los der Wege! Wir haben die Vorbereitung! Was? Gegenseitig sicher! Los, los, los! Wir legen dich um ihre Flüge in den Geschaffter! Mach ich notfalls den ganzen Tag! Halt der Schwede! Ich komme ja nicht mehr zu kommentieren. Hier ist alles okay. Hier nicht. Irgendjemand verfolgt meinen Download. Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt. Wenn die zu mir durchkommen, fliegen meine und Sarahs Tarnung auf. Wo kommt das Signal her? Sieht nach Whitebox aus. Vermutlich Erdgeschoss. Die Blaupausen zeigen einen Raum. Vielleicht ein Testlabor. Ich bin da gewesen. Sie lagern dort ihr EMP-Testsystem. Kann sein, dass du es aktivieren musst. Tu alles, was nötig ist, Sam. Was heißt das jetzt? Ich muss wieder ganz rund... Äh... Hm. Okay. Hier gibt's ein Treppenhaus. Äh... Äh... Pfff... Hier gibt's ein Rohr. Das werden wir mal benutzen. Zit. 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 Und Zit. Ich muss ein EMP-Gerät aktivieren, um ein Ortungssignal zu unterbrechen. Ist die Abschirmung von Whitebox dicht? So dicht wie ich nach einer Weihnachtsfeier. Jedes technische Gerät darin würde geröstet. Der Kram draußen? Kein Problem. Kannst dich also entspannen. Danke, Vic. Aha. Ist die Whitebox da unten drin? Ja. EMP. Oh, oh. EMP. Aua. Hallo? So, gut. Probieren wir gleich noch mal. Äh... Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Richtig die Waffe raus. Und dann muss man mal gucken, ob man noch irgendwas... Splittergranate haben wir noch eh eine. Die werden wir es mal benutzen. Licht an. Licht an. das land so haben wir noch etwas empiegel weißt du was heikling du langweilst mich ja und nur her ich werde ein bisschen übermütig bisschen die gegner sind dafür so hummel dumm das ist ja unglaublich ja egal so muss man jetzt da hoch da geht mal ein bisschen schritt aufnehmen keine ahnung ich spiel es mal ein bisschen alle tasten rum einmal gut durch bitte so weg hier kann man jetzt sehen ich wäre eigentlich soweit fertig malzeit fuck alter so dann probieren wir nochmal ist übrigens für euch mal als information das spiel braucht ungefähr 2 minuten um hier um den speicherstand zu laden ist echt überirdisch unterirdisch lassen küche küche da ist keiner mehr kann feindliche einheit nicht sehen richtig das ist korrekt so andere waffe ach so ein neuer plan richtig das sieht gar nicht gut aus die sache von oben an nichts position halten negativ zielbereich nicht sicher position halten so position halten wir waren ja wartet man das könnte ein hinterhalt sein ja ist bestimmt und das probiere ich lieber nicht noch mal doch ne denke ich auch dass ich ich bin hier fertig grimm vielleicht suche ich jetzt mal diesen galliard von dem jeder spricht lucius galliard kennst du ihn nicht direkt aber ich melde mich deswegen später nochmal lass ihn vorerst in ruhe ich setze so lange einen spezialisten auf robertsons daten an so nischte weg hier schnauze voll mir 기억 finde ich совет ein Es geht so Wir scheine jeweils geometria